Hallo Welt, wir sind Bastard, Manni-Man und Block-Monster. Und es gibt eine Sache, die uns ganz wichtig ist. Lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen komischen Leuten, die irgendwie sich Pegida, Legida oder sonst irgendwas nennen. Glaubt einfach nicht alles, was ihr hört, Mann. Informiert euch. Denkt nach, bevor ihr irgendwas macht. Blut ist rot und wir halten alle zusammen. Wir sind alles Brüder und Schwestern, Mann. Kein Hass. Anonymous. Lasst euch nicht aufhetzen. Ja? Peace.